Die neue Startzeit ist erreicht. Ich werde rücken in die Box rein und von dem Silber kommt... So, sie gehen in die Box rein. ...in die Box hinein. Dahinter wird Metal Tube herangeführt. Gemeinsam mit Rick Dick Don. Rick Dick Don. ...und... ...improkuriert den Schirm in dem Feld. Also ich habe gesagt 4, 2, Mama hat gesagt 7. Miriam, was sagst du? Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong. So, es sind 3 eben erwähnt. Innen kommt gleich Malia heran. Sechs. Elia. Sechs, gut. Also wenn du dein Pferd anfeuerst, dann gewinnt es bestimmt. Ah, ok. Malia jetzt in die Box hineinfließen. Ja. Jetzt noch 2 Pferde. Wir sind knapp und... ...improkurieren. Geht 3. Oh, machen die Krach. Nichts, nicht. 3 Minuten. Passiert, ich weiß nicht. 3 Minuten. 3 Minuten. Ja, aber ich kann sie nicht spielen. Ne? Ich finde sie nicht echt. Alle trennen und boxen auf. Der Start zum siebten Krennen. So, jetzt geht los. ...und... 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 So, jetzt sehen wir, wer gewinnt. Oh, was da für Tempo ist. Die 2 gewinnt. ... Hat nichts zu bedeuten, Elija. Oh, aber der setz dich oin, Elija. Sieht gut aus für dich. Ich weiß nicht, wie es ihnen braucht. Maliba, Freund. So, die zwei Elia, du hast gewonnen, wo bin ich? Die sieben, die sieben war, oh, weiß ich jetzt nicht, oh, da ist er, der Sieger, oh, die zwei, die zwei, die zwei, die Pferde haben alles gegeben. Jawohl, der Zweier hat gewonnen, Elia. Der Sechs ist kaputt, den Vier sieht man nicht. So, Schluss für heute, Feierabend. Das ist sieben. Das ist sieben. Was ist das für ein Schmuck? Das ist ein Schmuck. Mama, das ist perfekt. Mama, das ist perfekt. Das ist ein Schmuck. Das ist die Schmuck. Das ist die Schmuck.